Ich möchte vor der Predigt beten und lade euch alle ein, aufzustehen, auch vor den Monitoren und hier im Saal. Jesus, wir stehen vor dir, dem Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und wir feiern heute Pfingsten, das bedeutet, dass du uns nicht als weisen Kinder in dieser Welt zurückgelassen hast. Du bist zum Vater zurückgegangen und hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, dass wir nicht in unserer eigenen menschlichen Kraft hier unser Leben leben müssen, sondern dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes leben können. Wir danken dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du in uns eine Quelle geöffnet hast, die von Gott kommt. Eine Quelle, die Leben bringt, die uns Leben bringt, aber die auch Leben bringt, der Welt, in der wir leben. Ich bete, dass diese Quelle immer wieder frei sprudelt, dass da Kraft und Liebe und Besonnenheit in diese Welt hineinfließt. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Das Leben ist zerbrechlich. Das hat uns die letzte Zeit sicherlich gezeigt. Das ist uns schmerzlich bewusst geworden und viele Menschen haben sich vielleicht in den letzten Wochen und Monaten die Frage gestellt, was ist eigentlich die Quelle meines Lebens? Woher beziehe ich die Kraft für mein Leben? Ist es meine Arbeit? Ist es meine Familie? Meine Gesundheit? Wenn diese Quellen für dich die Quelle deines Lebens sind, dann hast du jetzt in der letzten Zeit vielleicht manchmal ein Problem gehabt. Dann kommt deine Existenz ins Wanken. Die Existenz ist bedroht, vielleicht durch den Virus selbst oder durch die wirtschaftlichen Folgen, die das mit sich trägt oder durch die familiären Herausforderungen. Man hört ja, dass es auch hier und da Schwierigkeiten gibt, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt. Heute an Pfingsten, da wollen wir auf eine andere Lebensquelle schauen, nämlich auf den Geist Gottes. Der häufigste Ausdruck für die Sendung des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift ist Ausgießen. Es hat also etwas mit Fließen zu tun, mit einer Quelle zu tun, es hat etwas Wasser zu tun. Diese Bilder benutzt die Bibel an vielen Stellen. Unter anderem in der ersten Predigt der christlichen Kirche, die von dem Apostel Petrus selbst gehalten worden ist. Petrus hat gewissermaßen so die Magna Carta der Kirche geschrieben, als er diese Predigt gehalten hat. Und in dieser Predigt zitiert er als erstes einen alttestamentlichen Propheten, nämlich den Propheten Joel. Und da heißt es, und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weiß sagen. Oder ein anderes Beispiel im Alten Testament, in Jesaja 44, da sagt Gott, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Und wir werden gleich noch einen weiteren zentralen Text uns anschauen, wo Jesus selbst zum Heiligen Geist spricht, als eine Quelle von Wasser. Wasser ist im Kontext der Bibel ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich auch vorstellt, Israel, dort ein Land, ganz viel Trockenheit, sehr heiß. Wasser bedeutet also Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Da ist Wüste. Da ist ein lebensfeindlicher Ort. Und es ist also die Frage, was sind die Quellen, die ich in meinem Leben anzapfen kann, dass Leben aus mir selbst hervorkommt? Aus welcher Quelle kommt dein Leben? Was ist die Quelle für dein Leben, auch als Christ? Diese Fragen müssen wir uns immer wieder gefallen lassen. Wir sind ja gerade unterwegs in der Predigtreihe über den Philippabrief. Überrascht von Freude. Paulus, der schreibt an eine Gemeinde in Philippi und sein eigenes Leben war äußerlich betrachtet total instabil. Er saß in einem Gefängnis und musste damit rechnen, dass er stirbt. Im Gefängnis zu sitzen mit einem Todesurteil über deinem Kopf, das ist total unentspannt. Würde ich mal so sagen. Das waren betrübliche Aussichten und jeder würde erwarten, dass man dann ein Klagelied anstimmt. Unter solchen Umständen ein Lamento zu beginnen, ist doch normal. Aber der Tenor dieses Briefes ist Freude. Es war Leben aus Gott in ihm. Die Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist hat ihm Freude gegeben, hat ihm Kraft gegeben. Paulus hatte eben eine andere Quelle, die in ihm gesprudelt hat und die Kraft und Freude und Hoffnung und Zuversicht aus ihm herausfließen lässt. Seine Mitarbeiter werden ermutigt. Er schreibt einen Ermutigungsbrief an eine Gemeinde, den wir heute noch lesen. Der Heilige Geist ist also Freude. Freude an Gott. Er lebt in einer lebendigen Beziehung. Aber diese Beziehung ist auch kein Selbstläufer. Diese Quelle kann verstopfen. Und diese Gefahr sieht er in dieser Gemeinde. Er schaut gewissermaßen auf die Situation in Philippi und sagt, Leute, passt auf. Eure Lebensquellen können verstopft werden. Da können sich Steine in die Quelle hineinlegen, dass das Wasser nicht mehr so fließen kann, um mal in diesem Bild zu bleiben. Wir werden uns gleich diesen Predigtext anschauen aus dem Philippabrief. Da sind Quellen in uns. Deswegen habe ich diese Predigt heute genannt. Unversiegbare Quellen. In jedem Christen ist diese Quelle da. Und die hört auch nicht auf. Sie kann nur verstopft werden. Pfingsten ist ja die Erinnerung an den Anfang der christlichen Kirche. Und ich stelle mir das so vor, wie Paulus diesen Text aus dem Alten Testament vor seinem inneren Ohr hat. Und wie er die Worte von Jesus gehört hat, die seine Jünger erzählt haben damals, als Jesus gesprochen hat über den Heiligen Geist. Und ich werde uns jetzt diesen Text vorlesen. Johannes 7, Vers 38 und 39. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er dann, das erklärt er dann weiter im nächsten Vers, Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das passierte aber an Himmelfahrt. Jesus wurde verherrlicht. Er ging zum Vater zurück. Und an Pfingsten feiern wir, dass Jesus es nicht einfach dabei belassen hat, sondern dass er seinen Geist gesandt hat auf seine Jünger. Dass sie in der Kraft Gottes leben können. Und wenn wir diesen Text mal so uns vorstellen wie eine Quelle, die in uns lebt. Ich habe hier mal so eine Wasserflasche mitgebracht. Wenn ich total durstig bin, dann brauche ich eine Quelle, wo ich Wasser herkriege. Wo ich einen Schluck nehmen kann. Bin ich dankbar, dass da Wasser drin ist? Wir brauchen eine Quelle in uns, durch die das fließen kann. Und wie gesagt, die Quelle kann auch verstopft sein. Da können sich Steine auf so eine Quelle drauflegen. Wir haben das gerade gesungen in dem Lied. O komm, du Geist der Wahrheit! Und kehre bei uns ein! Verbreite Licht und Klarheit! Verbanne Trug und Schein! Also wo der Heilige Geist ist, da ist eigentlich Licht und Klarheit. Und Trug und Schein, das sind so Steine, die das Fließen des Heiligen Geistes behindern können. Wo man nicht mehr rankommt. Kommt man nicht mehr ran, da fließt nichts mehr so richtig. Da ist immer noch Wasser da. Aber da legt sich etwas darauf. Und so stelle ich mir das vor. Wenn das Leben auf wird zu fließen, dass man sich dann die Frage stellen kann, ja, ja gut, da kommt ja kein Wasser mehr. Wenn man das aber ernst nimmt, auch wie Paulus darauf reagiert, wo er sagt, da ist Handlungsbedarf bei euch, liebe Gemeinde. Lasst diese Quellen wieder frei fließen. Ich sehe bei euch die Gefahr, dass diese Quelle zugeschüttet wird. Wir werden uns heute einen Text anschauen, der überschrieben ist in einigen Bibeln mit Mahnungen an die Gemeinde. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass Paulus gewissermaßen diese Texte vor seinem inneren Auge hatte von Pfingsten und auf die Situation schaut. Und dass er dann gesagt hat, oh Leute, passt auf, dass der Geist nicht aufhört zu fließen in eurer Mitte. Wir schauen uns den Predigtext mal an. Aus Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freunde und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kundtun, kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Bis hier Gottes Wort. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass Paulus hier so sieben Steine gewissermaßen sieht, die das Leben des Heiligen Geistes behindern. Der erste Stein, ich benutze nochmal dieses Bild hier, dass er ein Stein, ihr steht nicht fest in dem Herrn. Hier ist mich eine Mahnung in Vers 1. Steht fest in dem Herrn, sagt er. Steht fest in dem Herrn. Ich zeige euch, wie man ein Fels ist. Also meine lieben Schwestern und Brüder, steht fest in dem Herrn. Dieses Verb, was Paulus hier benutzt, kommt aus der Militärsprache. Es bedeutet ein Kämpfer, der sein Schwert in der Hand hält, der Feind rennt auf ihn zu und er bleibt stehen und er kämpft und er widersteht dem Feind. Also es ist nicht einfach so, ich stehe hier und möchte nicht, sondern ich halte meine Position. Da, wo Gott mich hingestellt hat, da bleibe ich stehen. In dem Herrn, nicht in meiner eigenen Kraft. Christus hat mich an eine Stelle gestellt, Christus hat mich irgendwo hingestellt und da bleibe ich stehen. Und das ist ein Gedanke, den Paulus auch schon am Anfang des Philippabriefes benutzt hat. Wandelt nur würdig des Evangeliums, Kapitel 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Hier benutzt also Paulus diese Sprache von einem Soldaten, der seine Position nicht verlässt. Und das war damals ein sehr starkes Bild. Das Bild einer Phalanx von Soldaten, die in Formation gekämpft haben. Die Griechen haben sich das ausgedacht, in Formation zu kämpfen. Sie waren unbesiegbar. Mann an Mann sind sie gegen den Feind gelaufen. Und wehe, da ist jemand aus der Reihe getanzt. Sie haben in dieser Formation gesiegt. Und das ist auch der zweite Stein. Eure Formation wird angegriffen. Das sind zwei Schwestern, die Streit miteinander haben. Und Paulus richtet sie nicht. Er sagt nur, hey Leute, kommt wieder zusammen. Ihr habt einen gemeinsamen Auftrag. Ihr steht im Buch des Lebens zusammen und habt hier in dieser Stadt in Philippi einen Auftrag. Auch da in der römischen Geschichte kurze Zeit vorher, wenn wir davon ausgehen, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Am Anfang diesen Jahrhunderts gab es die bekannte Schlacht hier in der Gegend. Die Schlacht im Teutoburger Wald, wo Arminius die römische Formation durch einen Hinterhalt zerlegt hat. Tausende von römischen Legionären sind gestorben. Man geht davon aus, dass 15.000 bis 20.000 Soldaten niedergemetzelt worden sind. Warum? Weil Arminius es geschafft hat, dass die Römer ihre Kampfformation verlassen mussten, als sie durch den Wald gelaufen sind. Und dann gab es immer diese kleinen Nadelstiche. Und da wieder ein paar Leute tot. Und da wieder ein paar Leute tot. Eine ganze römische Legion oder drei Legionen sogar sind vernichtet worden, weil sie diese Formation verlassen haben. Der Heilige Geist kann da nicht bewirken. Und Paulus richtet sie nicht. Paulus richtet nicht, wenn da irgendwo Spannungen da sind. Sondern er sagt, erinnert euch wieder an euer gemeinsames Ziel. Ihr steht zusammen im Buch des Lebens. Kriegt es wieder hin. Ich will durch euch wirken. Ich will durch euch fließen. Der dritte Stein, der diese Quelle des Heiligen Geistes behindern kann. Ihr habt eure Freude verloren. Eure Freude an Gott habt ihr verloren. Paulus benutzt das ja immer wieder. Und in diesem Text gleich zweimal in diesen Versen. Freut euch im Herrn und abermals sage ich, freut euch. Das bedeutet nicht, dass wir die Realität verleugnen. Paulus spricht davon, dass er im Gefängnis ist. Paulus spricht davon, dass er nicht gerade im Schlaraffenland ist. Das kann sich jeder vorstellen. Das waren keine tollen Lebensumstände für ihn. Aber er kann sich an Gott freuen. An seiner Liebe. An seiner Barmherzigkeit. An seinen Verheißungen. An seiner Gegenwart mit ihm im Gefängnis. Und wenn unsere Umstände von außen noch so gut sind, dann darf das nicht die Quelle unseres Lebens werden. Wir leben in einem Land, in dem es uns unglaublich gut geht. Auch in Zeiten von Corona. In unserem Land dürfen wir dankbar sein für die Infrastruktur. Dürfen wir dankbar sein für ein Land, in dem wir in Freiheit leben dürfen. Aber das ist nicht die Quelle. Das ist nicht das Ultimative, was unser Leben ausmacht. Die ultimative Freude. Und auch nicht meine Ehe oder meine Familie oder mein toller Job. Sondern Christus ist die tiefste Quelle von Leben und Freude mit Gott. Nichts in meinem Leben will ich mehr lieben. Nichts will ich mehr lieben als Gott. Weil er die absolute Freude schenkt. Der vierte Stein. Die Haltung oder das Verhalten gegenüber den Mitmenschen lässt zu wünschen übrigens, da habe ich das mal so etwas kompliziert ausgedrückt. Paulus sagt hier, eure Güte lasst kund sein. Der Herr ist nahe. Da kommen in diesem Vers zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite Güte lasst kund sein. Das heißt also, Milde ist hier gemeint, Freundlichkeit oder Toleranz anderen Menschen gegenüber, die vielleicht mal nicht so in meiner Spur sind. Und ich habe eine Haltung von Milde. Ich kann sagen, okay, ist nicht alles meine Meinung, aber ich kann mild sein. Ich kann nachsichtig sein. Ich bin beweglich, weil ich Beziehung wichtig finde. Und warum? Der Herr ist nahe. Kann man auf zwei Arten und Weisen ausdrücken diesen Text oder auslegen. Der erste ist, der Herr ist nahe. Gott ist gegenwärtig in mir. Jetzt in diesem Augenblick, wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester begegne, ist der Heilige Geist in mir. Gott ist da. Der Herr ist nahe. Und wenn seine Kraft, seine Liebe mich erfüllt, kann ich jeden Menschen auch lieben. Und das zweite ist, der Herr ist nahe. Da ist die Naherwartung gemeint vielleicht, dass Christus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er uns fragen, was hast du gemacht mit den Menschen? Was hast du gemacht mit den Menschen, die ich in deinen Weg gestellt habe? Da wird es auch wieder etwas ermahnender. Weil eine Seele für Gott wichtiger ist als alle Schätze dieser Welt. Und ich möchte, dass Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, dass sie die Güte Gottes erleben, dass sie die Liebe Gottes erleben, dass sie beziehungsfähiger werden. Und da, wo ich selber noch eckig und kantig bin, wo ich nicht milde bin, da bete ich, dass die Gegenwart Gottes mir stärker bewusst wird, dass ich noch mehr lieben kann, dass ich mich noch mehr hingeben kann, dass Beziehung möglich wird. Das ist das Wichtigste. Gott liebt Menschen. Und eine Menschenseele ist kostbarer als alles Gold und Silber dieser Welt. Und der Heilige Geist will uns diese Haltung schenken. Der fünfte Stein. Der fünfte Stein ist ein Blick in die Zukunft, nach vorne, ohne Gott. Paulus sagt, ihr sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Er spricht ja das Thema Sorgen an. Sorge bedeutet ja, ich schaue nach vorne auf den morgigen Tag, auf die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr und stelle mir vor, Gott ist weg. Oder meistens denke ich das ja noch nicht mal, sondern ich denke nur, ich muss das auf meine eigene Kraft schaffen. Das, was ich an Möglichkeiten und Fähigkeiten und Ressourcen habe, wird nicht reichen. Ich bin nicht gut genug. Ich habe nicht genug Geld. Es wird nicht funktionieren. Ich habe keine Kraft mehr. Paulus sagt, sorgt euch nicht, sondern alles, was euch jetzt bewegt, legt es vor Gott hin. Schaut auf das, was ihr schon getan habt, in Danksagung. Danken bedeutet, ich schaue auf das, was passiert ist, was Gott schon Gutes getan hat, was er mir in der Gegenwart geschenkt hat und das gibt mir Mut, dass Gott sich nicht verändern wird. Gott ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Also der Gott, der gestern treu war, der wird auch morgen treu sein. Der Gott, der mich gestern versorgt hat, der wird mich auch morgen versorgen. Der Gott, der mich gestern geliebt hat, der wird mich auch morgen lieben und mich begleiten. Und das in einer jüdischen Kultur ist sowieso extrem wichtig. Diese Kultur des Erinnerns, immer wieder das Erinnern an die guten Taten Gottes. Als Joshua durch den Jordan gezogen ist mit dem Volk Israel, da sollten sie zwölf Steine im Jordan mitnehmen und auf der anderen Seite aufrichten. Wofür waren diese zwölf Steine da? Es war daran, zu erinnern, dass Gott damals auch schon treu war. Er hat uns dahin durchgeführt, an der Alten Testament an vielen Stellen. Bis hierher hat Gott geholfen. Da werden Steine aufgerichtet. Erinnerungssteine. Und diese Steine, die bringen mich in die innere Anbetung und Dankbarkeit. Gott, ich weiß nicht, wie meine Zukunft wird. Ich habe vielleicht sogar Angst davor, wenn ich das aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Ressource machen muss. Aber du bist hier mit mir gegangen. Ich stehe an diesem Stein der Erinnerung. Ich stehe an diesem Moment, wo ich mir die Knie zittern und ich nicht weiß, wie ich es schaffen soll. Und ich lege es dir hin, Gott. Und ich vertraue darauf, dass du dich nicht änderst und dass du mich durchtragen wirst. Und das gibt uns eine innere Kraft. Da kommt der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, sagt Paulus. Er übersteigt unsere Vernunft. Wir können Frieden Gottes erleben. Wir können Ressourcen anzapfen, wieder neu. Diese Quelle des Heiligen Geistes kann uns neu in die Ruhe Gottes hineinführen. Bei Paulus haben sich die Umstände äußerlich überhaupt nicht geändert. Nichts. Aber er konnte Freude haben an Gott. Und er konnte getrost sein, dass Gott ihn durchtragen wird. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, der alten Kirche, dass Paulus ein Märtyrer-Tod gestorben ist. Blaise Pascal hat es so ausgedrückt, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Hammer! Das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt. Wenn ich nur mit meinem Verstehen unterwegs bin, dann habe ich ganz viel Angst. Dann habe ich ganz viel Sorge. Aber in meinem Herzen lebt Christus. In meinem Herzen lebt der Heilige Geist. Und ich kann diese Entscheidung treffen. Okay Gott, ich schaue auf dieses Heiligtum in mir selbst. Nämlich mein Inneres. Wo ich eine Begegnung haben kann mit diesem lebendigen Gott. Wo ich mein Herz zur Ruhe bringen kann. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Begegnung mit diesem mächtigen Gott. Darauf kommt es an. Und ich kann immer diese Gewissheit haben. All das, was mich im Moment gerade bewegt, ist nicht das Letzte. Selbst wenn ich einen Krebs habe und sterbenskrank bin. Wenn ich nicht mehr weiß, wie ich heute meine Kinder ernähren kann. Es ist nicht das Letzte. Es ist immer das Vorletzte. Christus ist die Quelle. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt Jesus. Und da dürfen wir diesen Frieden erleben. Der sechste Stein ist negatives Denken. In Vers 8. Darüber könnte man jetzt ganz viele Bücher schreiben und gibt es auch über negatives Denken. Paulus schreibt hier, weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat und so weiter. Darauf seid bedacht. Logizomai ist hier das griechische Wort im Urtext. Und das meint etwas berechnen, über etwas nachdenken, nachsinnen, reflektieren. Das ist also das, was Mathematiker im Idealfall machen, wenn sie am Ende ein richtiges Ergebnis haben. Die denken nach. Oder Philosophen, die über ein philosophisches Problem nachdenken, die denken nach, die grübeln nach. Es gibt Berichte, dass Hannah Arendt, die bekannte deutsche Philosophin, dass sie stundenlang mit einem Buch über dem Kopf irgendwo nachgedacht hat. Und wenn Philosophen mit einem Buch über dem Gesicht rumliegen, dann schlafen die nicht, hoffentlich, sondern sie denken nach. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Denkt nicht über jeden Mist nach, sondern das, was dem Leben dient. Und er hat dann wunderschöne sechs Punkte hier, die gewissermaßen wie so ein Lot sind, woran du schauen kannst, ist mein Denken gerade oder ist mein Denken nicht gerade? Ein Lot hat man ja früher im Bau benutzt, damit die Wand gerade wird. und solche Lot, so ein Lot sind diese sechs Punkte, die er dann hier aufzählt. Man hat damals nicht gebaut, so Pi mal Daumen. Dann werden die ganzen Mauern umgefallen. Und so kann unser Denken auch umfallen. Und Paulus sagt hier, liebe Gemeinde, euer Denken kann umfallen. Die Quellen können verstopft werden durch dieses Denken. Und dann fängt er an. Das erste ist wahr. Ehrlich sein. Echt sein. Im Einklang mit der Realität. Und sich nicht etwas vormachen. Wahrheitsgetreu sein. Zweitens, was edel, was würdig, was ehrbar ist, was achtbar ist. Es bezeichnet eine Eigenschaft, die etwas Majestätisches und Ehrfurchtgebietendes an sich trägt, aber nicht abweisend, sondern eher einladend, anziehend. Ich kannte eine, oder ich kenne eine alte Dame aus der Heimatgemeinde meiner Frau in Wehner, die in der Nachbargemeinde war, die hatte so etwas. Wir sind als Jugendliche zu dieser Dame gegangen. Und diese Dame, die hatte etwas Ehrfurchtgebietendes. Wenn die gebetet hat, dann saßen wir als junge Leute um sie herum und haben mit ihr gebetet. Weil da sich etwas bewegt hat im geistlichen Raum. Das war würdevoll. Das war eine einfache Frau. Oder es ist eine einfache Frau. Und diese Frau hat etwas Majestätisches. Sie wusste, ich bin Königstochter. Und das hat sie ausgestrahlt. Obwohl es eine ganz einfache Witwe war. Das Dritte, gerecht, dem Willen Gottes entsprechend, aufrichtig, ehrlich. Das Vierte, heilig, also rein. Hier ist auch, das Bild kommt aus der Kult-Terminologie, also aus der Sprache des Tempels. Da, wenn etwas heilig ist, etwas ohne Sünde ist, etwas kultisch rein gewissermaßen, auf sowas sollen wir denken. Also, dass wir nicht jeden Mist auch von außen an uns hineinlassen, sondern habe ich reine und heilige Gedanken. Das Fünfte ist liebenswert und das Sechste lobenswert. Etwas, was Lob verdient, Glück verheißend, Wohllauten, löblich. Das soll unsere Gedanken prägen im Miteinander. Ich kann das Haar in der Suppe finden. Ich kann das, bei jedem Menschen, mit dem ich länger als zwei Stunden zusammengesessen habe, fällt mir garantiert irgendwas auf, was man kritisieren könnte und wo man das Haar in der Suppe finden könnte. Und bei mir selber sowieso. So eine Suppe würde ich gar nicht essen wollen, mit so vielen Haaren drin. Wir können uns aber auch darauf das Gute fokussieren. Wir können sagen, da begegne mir mein Bruder ein Christus. Da begegne mir meine Schwester ein Christus. Das ist wahr. Das ist ehrlich. Das ist gottgemäß. Zum Beispiel. Oder wie ich über mich selber denke. Weil Satan Zugang zu unserem Gedanken hat, werden wir zwangsläufig fast täglich durch falsche Gedanken irritiert und aufs Glatteis geführt. Unser Denken kommt aus dem Blut heraus. Und es ist immer wieder aufpassen. Der englische Adelsmann Thomas Moore hat gesagt, erfülle dein Denken mit guten Gedanken oder der Feind füllt es mit schlechten. Leer kann es nicht sein. Du kannst nicht nicht denken. Du kannst nicht nicht denken. Man sagt ja vielleicht der eine oder andere Mensch, der ist strohdof oder wie auch immer. Aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das geht darum nicht. Du denkst immer, jeden Tag, sogar im Schlaf. Ist dein Gehirn nicht passiv. Und das siebte, was Paulus hier beschreibt, sind, wo er sagt, passt auf, könnte sein, falsche Vorbilder. Er stellt sich selbst als gutes Vorbild dar. Und im Hinterkopf steckt ja das, dass er sagt, schaut auf mich, weil ihr könntet auch auf andere Leute schauen, nämlich auf die Irrlehrer, auf die Leute, die das Leben, die ein schlechtes Vorbild sind. Und das ist ja auch gerade in christlichen Kreisen häufig ein Problem. Da kommen so viele Leute daher, die Gesalbten, die so gesalbt sind. Und wenn du da manchmal dir die Leute ein bisschen länger anschaust, dann stellst du die Frage, was ist denn da gesalbt? Was leben die sich denn da so alles so zusammen? Und stell dir mal vor, du läufst so einem Rattenfänger hinterher. Die Frage ist, wirst du christusähnlicher? Sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind das Leute, die Christus ausstrahlen aus jeder Empore? Kannst du Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keulichheit bei diesen Menschen finden? Und Paulus stellt sich eben als dieses Vorbild dar. Und für mich stellt sich die Frage, könnte es sein, dass in meinem Leben durch falsche Vorbilder, Steine in diese Quelle gekommen sind, wo ich merke, oh Mann, ich komme von der Spur ab, nämlich so zu werden wie Christus. Habe ich oft erlebt. Ich bin jetzt dieses Jahr Pfingsten, genau 20 Jahre Christ. Pfingsten 2000 ist mir Christus begegnet. Und habe mich gefragt, er hat mich gerufen. Und ich bin auf diesem Weg, seit 20 Jahren jetzt, habe ich viele Menschen kennengelernt, wo ich dachte, weil ich am Anfang total begeistert war. Und ich ihnen nachgefolgt bin. Ganz am Anfang meines Glaubenslebens gab es da den einen oder anderen. Und im Nachhinein denke ich, der Herr segne ihn oder sie, aber alles, was da so aus seinem Mund oder aus seinem Verhalten kam, möchte ich nicht übernehmen. Möchte ich nicht. Ich möchte mir Vorbilder suchen, die ihr Ende gut erreichen. Letztes Jahr durfte ich auf der Verabschiedung aus dem aktiven Dienst eines Pastors sein, der für mich ein Vorbild ist. Der 40 Jahre lang oder so als Pastor gearbeitet hat. Es hat mich begeistert, wie dort ein Mensch sein Ziel erreicht, seines Berufslebens und standhaft geblieben ist, dran geblieben ist. Das sind für mich Vorbilder. Da schaue ich im Geist hin und sage mir, okay, wenn der das geschafft hat mit Gottes Hilfe, dann will ich das auch schaffen mit Gottes Hilfe. Und das macht Paulus hier. Heute an Pfingsten also die Frage, was ist die Quelle deines Lebens und gibt es Steine, die da reingekommen sind in deine Quelle, dass das Leben nicht mehr so wie früher gesprudelt hat. Und lass uns doch sagen mit Paulus, okay, lass uns diese Steine beiseite räumen, dass das Leben wieder kommt, dass der Geist Gottes wieder Freiheit bekommt. Der Heilige Geist soll fließen. Wir wollen wieder sprudeln, da wo es nicht mehr sprudelt. Und das ist kein psychisches Ding, sondern es ist ein geistliches Ding. Das ist wichtig in der Kirche, das nicht zu vertauschen. Das wird häufig getan, dass die psychischen Ebenen und die geistlichen Ebenen miteinander vermischt werden. Die psychische Ebenen, das ist mein Fühlen, mein Wollen, mein Verstehen, also quasi unser alter natürlicher Mensch. Die natürlichen Triebe, das Pseumatische, also das Geistliche, das nennt die Heilige Schrift das, was allein der Heilige Geist schafft, der uns Jesus Christus als Herrn und Heilern ins Herz gibt. Der Grund aller geistlicher Wirklichkeit ist das klare, offenbarte Wort Gottes in Jesus Christus. Und an diesem Wort müssen wir uns messen lassen, was unser geistliches Leben angeht. Da müssen wir uns die Frage stellen, orientiere ich mich an diesem Wort Gottes, Jesus Christus? Darum geht es. Paulus schaut auf die Gemeinde. In Philippi, wir schauen auf unser Leben und stellen uns die Frage, okay, wo sind da Steine in meinem Leben, in dem Leben von uns als Gemeinde? Und was kann ich dafür tun, um mit der Kraft des Heiligen Geistes diese Steine zu erkennen und sie zu beseitigen? Ich habe mir das, wie gesagt, so vorgestellt, dass das das Ziel von Paulus war, als er die Gemeinde in Philippi so vor Augen hatte. Das Jesus Wort aus Johannes 7 das Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen, dass wir lebendig sind, dass wir voller Freude sind, voller Liebe sind, voller Kraft sind und dass diese Liebe sich hinaus auswirkt in das Leben unserer Familie, in unsere Nachbarschaft hinein, in unsere Freundschaften, in unsere Beziehungen hinein, an die Arbeitsstelle, dass es ein übersprudelndes Leben wird. Dazu sind wir eingeladen, heute an Pfingsten, das wieder neu zu ergreifen, das wieder neu zu begreifen, und uns auch korrigieren und ermahnen zu lassen, da, wo wir es persönlich nötig haben. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses wunderbare Werk in uns vollbringst. Danke, Jesus, dass du deinen Geist gesandt hast und dass da Leben durch dich in uns entstanden ist. und da, wo Steine in diese Quelle hineingekommen sind, in meinem Leben, in dem Leben meiner Familie, in dem Leben dieser Gemeinde, pflege ich dich an, Jesus, dass du uns hilfst, diese Steine zu beseitigen, dass wieder das Leben fließt, dass es wieder sprudelt, dass wir miteinander lebendig unterwegs sind und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir mehr von dir erleben, dass der Strom zunimmt. Im Alten Testament gibt es dieses Bild im Hesekiel, wo das am Anfang nur so eine kleine Pfütze ist, so ein kleiner Rinnensaal, wo das Wasser vom Heiligen Geist fließt und es steigt immer mehr an und das wünsche ich mir für uns, persönlich und für uns als Gemeinde, dass die Wasser ansteigen, dass da mehr kommt aus der Quelle. Heiliger Geist und dazu erfüllt uns neu mit dem Feuer vom Himmel. Amen.